Hallo aus dem Borussia-Park, hier in Möchengladbach eine tolle Kulisse für dieses Spiel. Ich bin Wolf Fuss und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wir melden uns heute von einem Division Rivals Spiel. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt und wenn diese beiden Klubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Da reichen mahnende Worte, das Spiel hat ja eben erst begonnen. Icardi, Ballverlust. Pablo Sarabia. Viel Platz jetzt auf außen. Die Maria. Jetzt ist er durch. Er läuft ganz allein aufs Tor zu, aber macht ihn nicht rein. Der Torhüter reagiert gut und bleibt Sieger. Dembélé. Die Ecke hier richtig gefährlich. Ah, ja, 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 das hat mich viel gesehen. Ballgewinn, gefährliche Position. Icardi. Knapp vorbei am Tor. Guter Versuch. Leandro Trossar. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Der Ballverlust. Laut Taro Martinez. Könnte jetzt was werden. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Kein Problem hier. Verteidiger hat aufgepasst. Guck mal. Die Möglichkeit zu flanken. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Und das ist der Ballverlust. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Der Konter ist gestorbt. Da steht er gut. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können Sie nichts machen. Klasse Pass. Das ist die Chance. Da passt der Klasse auf. Jetzt kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Birger Verstrate. Jamie Vardy. Laut Taro Martinez. Und damit ist der Ball weg. Die gehen hier dazwischen. holen Sie sich den Ball. Schöne Aktion. Und jetzt vielleicht. Über die Maria. Da muss er flanken. Und jetzt die Chance. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettungsdat. Mauro Icardi. Icardi ist das. Vardy. Schönes Zuspiel. Er macht das Spiel schnell. Verdi. Nicht reden. Klasse vom Torwart. Und er geht fast noch rein. Und das aus diesem Winkel. Ballverlust. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Icardi. Icardi ist das. Da haben sie jetzt den Ball. Vardy. Icardi. Icardi. Kera. Da ist jetzt Platz. Möglichkeit zur Flanke. Die Maria. Noch ist die Chance da. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne nochmal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Fans atmen durch. Das war knapp. Fast der Rückstand. Sie müssen hier einfach mehr machen. So, Ejano. Der wird wohl letztlich doch beim Keeper landen. Er hat die Technik, um so einen auszupacken. Vorne klappt zu wenig. Und das merkt Icardi natürlich. Der lässt sich jetzt tief fallen. Guter Vorstoß da jetzt. Ah, da geht er vorbei. Birger Verstrate. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Jetzt ein weiterer Einwurf. Dann wird es brenzlig. Super dazwischen gegangen. Die Maria. Icardi. Das könnte die Chance werden. Er ist frei. Da kann was draus werden. Oh, da trifft er die Latte. Der Ballverlust. Gut, der Gritsch. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Die Maria bringt den Ball rein. Die Maria bringt den Ball rein. Situation geht weiter. Immer noch gefährlich. Vardy. 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 Klasse stein Pass. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Da haben sie den Ball. Jamie Vardy. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. So, die Fans sind da. Riesenstimmung. Sie stehen wie ein Mann hinter ihrem Team. Sehr guter Einsatz. Jamie Vardy. Wird das was? So, jetzt ist erst mal Pause. Steht hier noch nur. Zweite Spielhälfte. Zweite Spielhälfte. Kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe. Unentschieden bisher. Alles ausgeglichen. Wird Einwurf geben. Pablo Sarabia. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Jetzt die Gelegenheit. Erstes Tor dieser Partie also. Und Icardi hat es gemacht. Wie fast nicht anders zu erwarten. Und da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor. Sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Solo-Lauf. Gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Birger Verstrate. Sieht gefährlich aus. Jamie Vardy. Ist es das jetzt. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Donnerwetter. Die Führung hat ja nicht so lange gehalten. Ob Sie da nach dem eigenen Treffer noch nicht wieder ganz bei der Sache waren. Auf jeden Fall das Spiel jetzt wieder ausgeglichen. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Das könnte der Gelegenheit werden. Icardi. Pablo Sarabia. Dembélé. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Fuß geht's mit dem Anspiel. Gegner ist da. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Da kommt die Hereingabe. Er kann abwehren, aber der Ball. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Jetzt der Ballverlust. Jadon Sancho. Gute Aktion jetzt. So, Platz für die Flanke. Dembélé. Zählt der? Ja! Drin! Tor! Er schießt sie. Er schießt sie. Bis zum nächsten Mal. Da kommt die Hereingabe. Er kann abwehren, aber der Ball weit. Sie haben diese. Pablo Sarabia. Dembélé. Sie liegen vor. Da kommt die Hereingabe. Er kann abwehren, aber der Ball weit. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich.